Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wassermelonen-Ziegenkäse-Salat. Der fruchtige Wassermelonen-Ziegenkäse-Salat ist ein für viele wohl außergewöhnlich anmutender Salat, der jedoch herrlich erfrischend schmeckt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Wassermelonen-Ziegenkäse-Salat Kleine Wassermelone, Gewicht ca. 1,6 kg Vier schöne frische Frühlingszwiebeln 200 g guter Ziegenhartkäse Limettensaft von zwei unbehandelten Bio-Limetten Zwei Esslöffel gutes, extra natives Olivenöl Halbe BD frische Minze Frische rote Chilischote Prise Zucker Garnitur Einige schöne, frische Minzeblätter 100 g frische Sonnenblumenkerne 100 g frische Kürbiskerne 1 Esslöffel gutes, natives Olivenöl Weitere Zutaten Chili-Pulver Frisch gemahlener Pfeffer Grobes Meersalz Folgende Utensilien werden benötigt Messer Schneidebrett Zitruspresse Zwei Schüsseln Pfannenwänder Pfannenwänder Mixbecher Schneebesen Küchenreibe Zubereitung Vorbereitung Wassermelonen-Ziegenkäse-Salat Die Frühlingszwiebeln waschen, gut trocken schütteln und in feine Ringe schneiden Von der Minze die Blätter abzupfen, kurz abspülen, gut trocken tupfen und beiseite stellen Die Wassermelone in Spalten schneiden, die Kerne so gut wie möglich entfernen, schälen und in mundgerechte Würfel schneiden Den Ziegenkäse in etwas kleinere Stücke schneiden Die Limetten auf der Arbeitsfläche wälzen, so brechen die Poren auf und es lässt sich mehr Saft gewinnen und auspressen Den Chili waschen, gut trocken tupfen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in feine Streifen schneiden Garnitur Eine Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen Dann die Kürbis- sowie Sonnenblumenkerne hineingeben und mit dem nativem Olivenöl beträufeln Mit einer großzügigen Prise Salz- sowie Chili-Pulver würzen Die Kerne unterrühren für einige Minuten rösten lassen, Achtung, nicht direkt darüber beugen Einige Kerne springen wie Popcorn immer wieder aus der Pfanne Sind die Kerne goldgelb und knusprig von der Herdplatte ziehen und in der Pfanne abkühlen lassen Wassermelonen-Ziegenkäsesalat Die Wassermelonen-Stücke mit der Minze und den Frühling-Zwiebeln in einer Schüssel gleichmäßig vermengen Dann mit dem Limettensaft sowie dem extra nativem Olivenöl übergießen und großzügig mit Salz sowie Pfeffer würzen Den Salat gut durchmengen und für etwa 10 Minuten marinieren lassen Fertigstellung Den Melonensalat auf vier Tellern anrichten und den Ziegenkäse darauf drapieren Mit der Kürbis-Gern-Sonnenblumenkernmischung sowie den Chili-Fäden bestreuen Zum Schluss mit einigen frischen Minzblättern garnieren und mit Beilage nach Wahl servieren Als Beilagen eignen sich